ok und da war ein wunderschönes momentan und meine freunde willkommen zurück zu let's play clash of clans ich sehe gerade meine tastatur sollte immer wieder sauber machen die sieht schon ziemlich schmutzig aus so auf jeden fall habe ich schon gesehen hat weil ich habe den account gerade schon geöffnet gehabt deswegen jetzt direkt schon aufnehmen und zwar ist mir aufgefallen heute wir haben eine juwelenkiste und rechts oben seht ihr wir haben jetzt genau 550 weil ich gerade der volk hier gelootet habe so nicht mit die auch noch und müssen wir ganz kurz anwenden wenn das ding fertig ist haben wir genug für die nächste bauhütte dann haben wir drei stück kommt schneller voran dann kommen wir schneller voran sie gerade unser gold ding ist auch schon wieder beinahe voll sollte man was gegen unternehmen ich war das ding sowieso wieder upgrade war jetzt haben wir gleich drei stück und drei stück ist schon gut und 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 so und jetzt kaufen wir das nächste ding und das habe ich dann direkt hier unten daneben ja genau das ding hier hin zack drei bauarbeiter jetzt haben wir drei stück wie geil ist das denn so jetzt können wir erstmal als upgrade noch eine stunde noch fahren dann ist die friedenszeit zu ende mal kurz layout kopieren abbrechen wir das mal ganz kurz ich will hier das layout will ich kopieren und das will ich hier einfügen ja genau so hoch weil ich habe nicht ein bisschen was gerne ich habe nämlich ihr also jetzt im let's play gemacht hat die dinge ja mit denen ausgetauscht gehabt also die mine mit dem lager so gesagt das gräte ich habe drei stück kann ich upgrade drei stück kann ich upgrade ich bin gerade überlegen was nehme ich jetzt ich würde gerne die dinge upgrade ich noch mehr gold hätte ich noch ein gold lager mehr ja machen wir ja die dinge upgrade ich noch ich weiß nicht ich nehme ich die beiden nämlich die beiden weil sie noch level 3 die könnte auch level 4 machen weil die sind schon level 5 hier eine stunde dauert das habt ihr abzugrain ich glaube ich habe nämlich lieber die längeren kann das nämlich die ne würde ich ehrlich gesagt die bei nehmen weil 20.000 ist dann die maximale rate das heißt ich kann die ruhig bisschen länger dann laufen laufen lassen gerne oder oder weil hier habe ich auch alle level 5 ich glaube da waren alle 5 keiner sagt mal kurz ich habe auch welche 6 5 6 5 ok ja 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 die müssen die müssen sowieso gemacht werden ich bin gerade nicht sicher ob ich jetzt schon mache oder später ich weiß nicht ich weiß ich war eigentlich kann ich diese sollte dauern eine stunde die kann ich auch noch irgendwann anders machen wenn ich dann halt mehr aufnehmen ja die die machen ja wochenende die man ja wochenende weil am wochenende mich immer zwei von auf am tag dann kann ich ruhig dann machen ich weiß nicht ja ja komm wir machen einfach mal wir machen einfach mal die beiden mache ich wie gesagt später jetzt habe ich alles in arbeit dauert alles sechs stunden ok scheiße ich hätte noch vor die mauer machen sollen ich hätte vorher noch die mauer upgraden sollen scheiße das kommt auch immer ein bisschen spätig oder ich fordere erst mal noch units an ja möchte ich gerne machen so ich brauche meine truppen gehe ich mal hier rauf mache ich erstmal gut die sind in arbeit also die sind schon fertig da ich mir noch barbaren dann hole ich mir von hier noch bogenschützen ja das war es dann gewesen gut dann gehe ich jetzt erstmal mein nimmst du mal lieber quoten angriff nur weil ich mache ja immer so jede folge angriff nein der ist der das bringt mir gar nichts da ist eine menge loot drin hier ist eine menge loot da ich nicht mehr viel gold tragen kann würde ich auf elixier direkt gehen warum hat er hier unten goldmauern und hier nur stein ist doch logisch dass ich dann von hier angreife also der ikune der war jetzt aber nicht gerade sehr hoch warte mal ganz kurz hier oben der spiel ist auch glaube ich nicht mehr lange schon lange nicht mal so wie es aussieht weil die stück alles mitten im wald so wie es aussieht alles zu buchert hier ja ich spazier direkt mit meinen units nach draußen dankeschön dankeschön meine lieben mates danke dass ihr raus rennt ihr seid so schlau anstatt dass die bogenschütze zu überlassen ja gut wir sind ja sowieso nur hier um elixier zu luken und da sind wir ja schon ordentlich bei ordentlich warum die muss jetzt mal erklären warum rennen so fast alle bogenschützen da durch diese lücke und drei bogenschützen hauen sich jetzt durch die wand ehrlich erklärt mir das mal irgendeine verstehe das jetzt nicht warum die sich dadurch kloppen und die anderen nicht das ist gerade ich sitze hier denk mir wie her wie die wieso warum gehen die drei bogenschützen auf die mauer und die anderen dritten lang also ich bin das jetzt wirklich nicht meine gute sind jetzt auch fertig aber guckt euch das an seine seine türme hier unten haben nichts gebracht bis jetzt der mörs hat nicht noch nicht geschossen der maria tun wir noch nicht geschossen das andere auch noch nicht geschossen es hat einfach bis jetzt nichts zu machen jetzt geht es los jetzt geht es los aber gut unsere dinge ist sowieso schon voll unsere beiden lager schade dass man wirklich keine lager sachen spenden kann also so in hat also gold und elixier wenn man das spenden könnte wäre schon ziemlich geil weil auf handy ist es momentan so bei mir das problem mein dunkles elixier lager ist komplett dicht und ich weiß nicht mehr wohl mit dem scheiß weil ich kann auch nichts mehr lohnt ich habe wirklich genau 10.000 am dauern also jedes mal bin ich ankommen und werde ich natürlich angegriffen und muss erst mal lupen und so mal auf einheiten stehen ist also kommen einfach um die dann her naja trotzdem das klingt das klingt jetzt sehr nett und kommt die dann hier auch nur trotzdem wir haben von lenny boi bonk schützen bekommen danke lenny boi warte mal wie lange dauert das um die abzugewinnen 71 also juwelen dann wie gesagt ich bin ich hier so der pc spieler was will ich das mit dem eine tastatur mit den eingeben noch nicht so richtig drauf habe wie man andere pro gamer der wachter dann fertig nein ich machte hier da die hier alles blöde ist ich sitze ich direkt vor der tastatur die tastatur ist links bei mir einfach weil das mikrofon gerade direkt vor mir ist das macht immer ein bisschen blöd bei der aufnahme so mehr kann ich eigentlich schon nicht mehr machen ne mehr kann ich niemand obwohl wir haben ein schwer genug einheiten 28 dürften schon genug einheiten sein von etwas was ich noch vor habe eine gute ich glaube ich bin auch nichts ich kann ja mal zeigen eigentlich wollte ich heute noch hier weitermachen also diese an denen die wollte ich noch mal neu machen aber das wäre jetzt 5.959 gold verschwendet weil ich mein lager ist sowieso schon dicht das wäre jetzt kompletter schwachsam ist jetzt angreifen würde ich meine gut ich würde die stände bekommen und dann hier weiter kommen weil die 50 stände brauche ich dann habe ich nämlich wieder zehn juwelen ich weiß auch nicht die kommen ich immer aufs zimmeragde ich weiß nicht wie ich immer aufs zimmeragde kommen wahrscheinlich aber von minecraft diese grünen edelsteine und nochmal bogenschutz in level 4 von zeus danke zu euch ich bin aber überlegen wir heute noch eine folge aufnehmen einfach aus dem grund weil wir heute noch klaren krieg haben warte mal hier sind nirgendwo einheiten bis jetzt hat noch niemand einheiten gespendet ja ja guter klaren kriegt ja da beginnt ja erst in ich guck mal kurz auf die uhr eine stunde 37 minuten also noch zeit ich muss jetzt mal ganz gut spenden muss es jetzt einfach mal machen einfach aus dem grund weil das macht wahrscheinlich sonst kein schwein dann hau ich mal ganz kurz euch die ganzen bohren dicht hier ich weiß es sind nicht die besten einheiten aber weil es sonst wahrscheinlich kein anderer macht mache ich es einfach mal ganz easy so der kriegt von mir dann ja das und die vier so dann hat er auch noch was drinne dann würde ich schon ein bisschen warten lieber oder scheiß drauf ich spende ihnen auch noch mal einen riesen und noch einen und noch einen so dann hat er schon mal seine klaren bohren komplett dicht dann hat er schon mal seine dicht war guckt euch das an bis jetzt hat noch niemand was gespendet an einheiten hier ach weiß ich auch immer noch mal die basis von reis x anschauen obwohl diesen drinnen aber das war es dann auch nicht ab und zu sind welche drin ok hier auf einmal direkt ein drache geil aber die anderen haben ja alle nix deswegen genau von mir jetzt hier seine base anschauen ich wollte unbedingt schon mal sehen von reis x wie seine base ok sieht sieht die nice aussieht auch und sieht alter evita die eine bessere base als ich auf dem handy ich dachte ich brauche mir die so überall regen rum ist ja bestimmt schön aus alles in der mitte hier da da hier da sieht alles ganz schön aus und was ist das ding ist scheiße kaum fang ich an mit cash of clans videos die überhaupt auf youtube zu schauen weil ich hab dann wirklich erst vor kurzem angefangen seitdem ich angefangen mit let's place überhaupt erst mal aufgefallen meine bohren die sind schon ziemlich scheiße die sind so schlecht einfach gebaut das ist das ist ein schlechter schon gar nicht mehr zu übertreffen einfach wegen meinen die ganzen bomben die ich über platziert habe die ganzen kanonen stehen alle zu weit auseinander sie sich gegenseitig nicht zu porten können ich muss da noch eine ganze menge umbauen so ich habe wieder was im lager das heißt ich kann wieder zurückgehen und meine ganzen mates mal ein bisschen unterstützen hier war das kann doch wohl nicht sein dass hier alles leer ist spenden ja genau die hier rein gut da gehe ich direkt hierhin valentin da spenden kann ich mehr spenden ein bogenschützen natürlich noch direkt da rein ist natürlich klar so spenden dann gehe ich hier direkt bogen schützen den hier und noch ein riesen rein genau 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 so warte mal geht das eigentlich auch in die statistik mit überholt auch noch mal gucken weil wir haben jetzt genau 100 gehabt 100 100 100 100 5000 klaren burg kapazität ach du scheiße hat er nicht übernommen wir haben 501 näher dann nicht übernommen schade aber wie gesagt das geht mir jetzt gerade einfach nur für klaren krieg uns ein bisschen vorzubereiten einfach weil es ist blöd wenn die klaren burg leer ist wir haben ja gesehen bei den gegnern das ist dann einfach total easy da durchzukommen weil auch wenn du egal wie schlecht deine burg ist wenn der macht dich platt der hat deine verteidigung angeschaut auf einmal kommt aus deiner klaren burg irgendwie drache raus oder irgendwas anderes starkes dann hat er schon mal so schlag in die fresse gekriegt dann kommt so eine richtig schöne einheit raus und macht es platt und das finde ich sehr geil dafür will ich hier gerade erst mal alles spenden und ganzen shit so ich würde sagen ich ziehe dann die folge auch nicht weiter in die länge spenden werde ich dann privat gerade noch ein bisschen weitermachen nebenbei weil ich jetzt auch die ganze zeit weiterquatschen und weiterquatschen und weiterquatschen hier wenn ich hier sowieso nur noch warte um einheiten zu produzieren um sie zu spenden dann würde ich sagen sehen wir uns in den nächsten folgen bis dahin und drei meine freunde tschüss